Servus und grüß euch zu einem neuen, klaren, äh, Team Delfmatch bei Battlefield. Genau. Wir joinen rein und geben schon Gas. Wo bin ich? Da bin ich. Vom Sniper. Sniper braucht die Welt. Oh, da oben ist ein Flammenwerfer-Schütze. Cool. Ach, wenn ich wusste, dass es sowas gibt, bei den Team-Damages. Hochnetz. Da oben, genau. Also hinter der nächsten Tür oder nicht? Jetzt. Komm nicht weg, komm nicht weg. Irgendwie hat mein Weg geblockiert. Ja, ich stand hinter dir aber auch schon, da waren Granaten. Ich lag bei, da bin ich hinter mir. Ah. Wir waren dabei, da nicht weggekommen. Uh, schlechtes Gameplay heute. Schlechtes Gameplay. Das gehört auch dazu. Na ja. Besser laufen können, aber im Endeffekt war es schlechter. Ah, wir haben schon schlechtere Partien gehabt. Oh Gott, mit Entfernungs- oder Nebenschiefer-Kalare. Da ist schon wieder uncool. Ja, mit der Strohflinten, hast recht. Hätt er mehr. Na verdammt, wo wohnt der jetzt? Dann. Irgendwie hat er sehr spärlich gestrahlt da auf den Mapp. Ich weiß es auch nicht. Ah, irgendwie schon. Die rennen alle ziemlich nah beieinander. Ja, ich sage mal. Ricognitore nemico, let's go. Ich wurde geschaufelt. Ich habe schon 3 gewinnt. Was tust du? Snapen oder wie? Ja. Das ist Typen. Wir sind hier fast direkt auf die O. Ja, ja Willkartwanger Wenn du zu unseren Hangout schaust, dann siehst du es eh Ich habe ein Mitraggeräusch Irgendwie so das Problem, dass ich keinen ziehe Ernsthaft mit der Bankspüchse, ich komme jetzt raus neiden Ich komme jetzt raus neiden Ich habe ein Schwergeräusch Ey, ich rede ewig rum und finde nix Tu das, tu das Halt dich ja keiner auf Ja, ich rede immer schneller Ja, da umsnappen Das wäre lustig Zu dir hoffe ich noch Auf die anderen Seiten umschwingen vielleicht Ja, du musst aufpassen Da ist Falsch gepipst Ja, du musst aufpassen Da ist Falsch gepipst Falsch gepipst Der Feind liegt in Führung Gerade in einer Gasgranate, das ist sehr uncool Der Feind liegt in Führung Du tot? Nein du liegst nicht Der Feind liegt in Führung Das brauchst du nicht alle zwei Minuten wiederholen Backelius Alter Hast du nicht sicht Ich meine, ich war schon fast ruhig Ich habe mir nicht erwischt Die lässt du neben mir? Ja Da links von dir darf ich gleich was kommen Andere links Oh Oh Fuck Du da bist Die kommen alle von da oben ab Gebst du so lange? Unglaublich Gut Aus dem liege ich richtig As D Atte zione c'e'r ricognitore das ist alles super, dann spauen wir sie da und dann spauen wir Ja super, jetzt rennt er genau dazwischen. Ah, liegt es gut da oben. Oh, weil er das ist. Das ist doch meine Leid, es ist mollet. Seitlich wieder Ja, ja, isig Die Setten im Auge eigentlich Na ja Auf oberen Seiten konzentriert ist schon ein bisschen verkehrt Dann sollen wir da hinten nochmal schleichen Ja Ich schaue zwar immer noch vor und in die Tor hinein, aber da kommt doch nichts her Ernsthaft, wie es die Frank anhatten, da oben steht immer nur einer Oh, aber einen schönen Helium, den du ausderteilt Wirklich schön, Alter Ja Aber gut, die Map war jetzt einfach dafür geschaffen Ja, aber da macht es auch wieder Spaß ein bisschen einmal Da kommst du ja gut in Snipern rein Kommt mal ein paar Ja, besser als bei Wandern Wenn du einen Kilometer schießen darfst Ja, aber das ist ja doch eher viel vorgeschrieben Und da rein Die Friemeln ist echt anstrengend Aha, aha Dettelbeck, wie schauen wir da aus? Ja Ja, mies Wie war unser Trupp beieinander Ja Drei Ja Keine Ahnung, aber vielleicht wäre wieder ein Sniper spielen, das gefällt mir irgendwie Auf den kleinen Maps ist das irgendwie cooler Ja 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 Jetzt haben wir so schweig gesagt Unglaublich Ähm Ja Ja Ähm Ja Keine Ahnung Huch Nett Schumgewehr Ein Schwarzschützen da herpasteln Bang Im gescheiben Qua Der wo du bum 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 schießen kannst und nicht immer Doch da musst du nach ihm Schuss Ja Du siehst, was ich meine Ja Ich verstehe, was du meinst Konzentriert Hä? Du klingst echt konzentriert Na, eigentlich überhaupt nicht, ich bin kap Hä? Nein, jetzt hab ich die Schwarzschütze genommen Ich voll traut Ah, bist du selber schuld Etwas Auf der Alarm Komm in das Kampfgebiet zurück Ja Ich darf erst mehr aus der App Okay, ja Warum? Okay Danke Danke Ah, es gibt schon eine Cyberposition, aber halt nur eine einzige Komm in das Kampfgebiet Meine Güte Da geht's auch wieder nicht weiter Ah Ja Nanananana Da war mein, ich hab da zwei gefunden Der Feind liegt in Führung Da war mein erster Konzentriert Der effektiver als deiner Ja, da wo ich gestorben bin, hab ich wegen Wo war das? Irgendwo da oben die Kurven Das ist dann ihre Nähe in die andere Richtung Der Feind liegt in Führung Ja, das ist mir schon Ja, das ist mir schon Meine Fresse, geh weg da Sind da noch mal Feinde, oder was soll ich denn scheiß? Ne, dann sind die aus, die alle schießen auf mich Und ich check's nicht, dass hinten um einer steht Ich hab mir selber nachgeschaut hab Ich hab da grad noch umgelegt Nein Warum nein? Hab ich nicht Ich bin ein Ich bin ein netter Krieger Schick dich Super, da ist neben mir einer Achso, der Böss bin ich Gornis Ich hab's nicht alle Juhu, Feinde Sei auch im Arsch der Welt rum, ha? Ja, ich suche Feinde Aber ich find keiner Ja, da in der Mitte sind grad welche Da, wo die alle eingeschissen Oh, nein Oh, wo ist er? Wo war er? Ach, da hinten Ich hab mit dem Tankgewehr ins Gesicht gepustet Pusten, pusten Aus der Frau Pass auf, da oben ist einer Wo oben? Ich hab erstmal um den unten kümmern müssen Weil der gar gespawnt ist Da hab ich irgendwie mehr mitgenommen War alles komisch Ok, da oben ist er nicht mehr Oh, da hinten oben ist er Fucker Oh, da hinten oben ist er Fucker Ah, da sind's alle Ok Gehen grad alle Stimmen's in den Mittelgang Ich hab keine Ahnung welchen Mittelgang du meinst Der da, wo's vorher hingegangen ist Der hier hingegangen ist Wenn du morgen mich ausgeheilt hast Ah, ok Ja, da ist das schwerer Druck Geh weg Gut Wann kommt da einer? Ja, ich weiß Möchst du mit drauf schießen? Hinter mir kommt da einer Du läufst da eiskalt weiter und schießt nicht auf den? Was ist mit Die wollten von oben nicht mehr Wo bist du? Der ist gestorben Also, ich wollte den von oben nehmen Achtung, da sind ein Haufen Wo, 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 wo Er wollte mit dir, ich komm Da, wo du vorher grad oben gestanden bist, waren drei Ich hab ja bei den Granaten eingeschmissen Hier Verströmen Und der hier Genau das bin ich gestorben Da hab ja einwiegen Wenn ich keine Ahnung hab. Sind ja alle immer oben drin. Ja, hab ich auch gar gemerkt. Lass uns zu, ich bin hinter dir. Liegt um die Ecken. Sehen sie alle. Ich hab's gemerkt. Achtung, er kommt raus. Ich hab's dir sogar noch gesagt. Ich bin eh nicht gestorben. Ich bin grad jetzt gespawnt wieder. Aber du warst ja vorher tot, oder? Ich war als erster vorher dir tot. Ich hab das gar nicht gekriegt, was du zu mir gesagt hast. Die werden sicher wieder kommen. Ich warte jetzt da. Die Hälfte ist geschafft. Weiter so. Boah, von hinten, von vorn, von überall. Nein, Mann. Ich steh mir noch nicht mehr hier. Kann man die Treppen hoch? Ich soll mich doch nicht erschrecken, du Zipfelklatschern. Meine Güte. Du unten? Nein, nein, ich steh neben dir. Okay. Die hält gerade den Eingang. Ist dicht. Achso, dann zielst du nach unten hier auf die Seiten. Achso, okay. Oh, okay. Wie kann einer hochfallen? Doch, nicht so praktisch. Ich hab gedacht, ich nehm die Außentür, weil da oben haben schein Schusser. Okay, dann mach ich die Treppen. Ich glaub, die trauen sich ja ne meine. Na, na. Na, 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 na. Bock. Bock. Alter, da sind wohl Vieh wieder. Die haben nachgeladen. Ich hab so lange überlebt. Komm, geh raus, ich bin wieder tot. Die Außenwelt mag mich nicht. Vor allem, die rennen immer in Gruppen rum. Das ist so uncool. Was du jetzt sagst. Das ist egal. Es ist egal. Frist Granaten. Lauft, 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 lauft. Lauft. Achtung, ich hab da ein Leuchtsignal bei mir. Alter, die mit ihren Schwungflinden gehen wir auf den Keks. Wir haben so gut wie gewonnen. Wir haben so gut wie gewonnen. Nicht nur dir. Schraubflinden hier so gut sein. Vor allem, der Sturmi besteht fast nur Schraubflinden hier. Oh, der kippt mir das nicht so vor. Ah, wieder schauen. Regenerieren. Äh, das muss ich einfach. Loll, den hab ich vorhin übersehen, dass das ein Feind ist. Ich ziehe da noch Dynamit. Ah, überlebst du es? Bei dir. Pass auf, die wollen mich grad übelst da auszuholen probieren. Ich weiß nicht mehr wo du bist. Ein Knuffer. Ein Feuer war in einem Haus da drin. Oh, Schraubflinden. Das ist ein Sturm, Seidat. Hier ist mittlerweile einfach alles was ihr bewegt, bis ihr die Namen da liest. Das ist ein Sehergegner. Böse, ja. Uh, ja, wir brauchen die Distanz. Well, is back. Ah, 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 Aua, Ding. Eine Bombe. Ich bin durchgelaufen. Oh, der von der anderen Seite. Ernsthaft? Säcke. Au, die haben schon wieder einen schweren, Alter. Ja, na, das war der Sniper diesmal von oben. Gerade wo ich ihn vor den Finken greift hab. Naja. 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 Vielleicht der Akrotrupp. Akrotrupp. Null Wiederbelebungen. Die anderen haben uns Hany dabei gehabt. Naja. Jaaa. Ziem. W- Jaaa. mal und danke fürs zuschauen ist